Oh, Mr. Widderskeleton, wach auf! Wir müssen noch packen! Für Kenia! Was ist denn da unten schon wieder für ein Geschrei? Halt's auf, Mr. Widderskeleton! Jetzt reicht's! Ruhe jetzt! Was ist denn jetzt los? Warum habt ihr mich denn jetzt geweckt? Wir müssen packen, Mr. Widderskeleton! Wir müssen jetzt nach Kenia losfahren! Was wollen denn in Afrika? Urlaub machen vielleicht? Ach so, stimmt, da war ja was. Können wir jetzt einfach anfangen zu packen. Ich mach schon mal die Ladeluke vom Bus auf. Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr offen. Ja, da ist was dran. Na gut, dann erstmal Sachen zusammensuchen. Nicht, dass es so endet wie letztes Jahr, wo wir nach Sansibar gefahren sind. Was war denn da nochmal? Da hatten wir am Ende gar nichts dabei, weil wir vergessen haben zu packen. Ach, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ah, Zombie! Na ja, dann legen wir halt erstmal hier alle Sachen vor den Bus und dann räumen wir es an. Nur drei Sachen, euer Ernst. Ja. Na gut, wie ihr meint, ich brauche auch nicht mehr. Dann räume ich das mal in den Bus. Ich mach mal alle Türen zu. So, zu. Hast du es ja immer noch nicht eingeräumt, Zombie. Ja ja, ich mach ja schon. So, ist alles drin. Kann ich jetzt die Gepäckluge schließen. So, bitte einsteigen. Das letzte Mal, wo wir zusammen mit dem Bus gefahren sind, sind wir hier erst eingezogen. Und Türen schließen. Und Abfahrt!